Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanientiger, die Amphibia Dump Pouch. Wir haben euch kürzlich von Tasmanientiger den neuen Tasmanientiger QRSK Amphibia Plattenträger MK2 vorgestellt. Das Video dazu verlinken wir euch hier am Ende dieses Videos, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da haben wir auch schon mal ein paar Taschen angeteasert, die hier in der neuen Amphibia Serie von Tasmanientiger kommen, inklusive auch dem neuen Gürtel. Alles optimiert für den maritimen Einsatz, für Kampfschwimmer oder eben für Einheiten, die am Wasser operieren oder irgendwo, wo viel Feuchtigkeit ist und das Material schnell trocknen muss. Und genau dafür ist auch die Dump Pouch gedacht. Ich habe im letzten Video auch schon gesagt, dass diese Dump Pouch nicht nur geeignet ist für den maritimen Bereich, sondern dass ich die durchaus auch als ganz normaler Dump Pouch am Gürtel sehe. Einfach aus dem Grund, weil die von den Ablaufmöglichkeiten hier durch das verwendete Mesh-Material sehr, sehr gut Wasser und auch Dreck loslässt. Und auch von der Größe her ideal ist und noch ein Special Feature hat, was wir euch gleich zeigen. Aber gehen wir erstmal über die Details. TT verwendet hier ein 420D Nylon und natürlich auch hier nochmal ein bisschen Laminatmaterial aus HD-FD 420 Nylon. Das heißt, wir haben hier ein Gewicht von ca. 75 Gramm und wir haben hier natürlich auch einen Mesh-Einsatz, wie ich es eben schon gezeigt habe, hinten und vorne, um eben gut Wasser und Dreck ablaufen zu lassen. Das zeigen wir euch gleich nochmal im Tank. Vom Platzformat her habt ihr es eben auch schon beim Start gesehen. Ich kann die Tasche aufrollen, dann habe ich hier einen Bungee, der hier an dieser Leiterschnalle das Ganze fixiert. Ist ungefähr vier Reihen Pals breit, würde ich sagen, am Platzangebot. Man kann natürlich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und auch das Ganze noch ein bisschen staucht, das mit zwei hinbekommen. Man braucht auch nur zwei Pals rein, um hier die Tasche zu montieren. Das heißt, natürlich kann man das Ganze auch stauchen, aber so, wenn ich es jetzt ganz normal locker gerollt trage, ist sie ungefähr vier Breit. Machen wir sie wieder auf. Sie bietet uns ein Volumen von sieben Litern. Das heißt, hier kriegt man ordentlich was rein. Wir schauen mal, wie viel sieben Liter in AR Magazin entspricht. Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Schauen wir mal. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünf, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünf, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünf. Fünfzehn, sechzehn. Also, sechzehn Magazine sind wir hier am oberen Rand angekommen. So sieht die Tasche dann aus, wenn sie voll gefüllt ist. Hat natürlich dann auch entsprechendes Gewicht. Weiß nicht, ob ich das jetzt da am Gürtel tragen würde, aber theoretisch wäre man in der Lage, sechzehn leere Magazine aufnehmen zu können. Eine Damp-Pouch ist ja auch nicht nur ein Abwurfssack für Magazine, sondern so eine Mehrzwecktasche, eine offene, universelle. Wer unsere Rosi-Serie verfolgt, kann da auch mal einen Blick reinwerfen. Da sagt Rosi auch, er tut da immer seinen Gehörschutz rein und seine Schießbrille, wenn er sie gerade nicht braucht, Handschuhe. Also man kann hier reinwerfen, was man will und Platz genug dafür wäre auch da. Ich leere das einmal kurz aus, wird kurz laut. So. Ja. Einmal leer gemacht, sieben Liter. Um das Ganze hier oben auch noch ein bisschen zusammenziehen zu können, hat man hier einmal Paracord beidseitig mit den Kordelstoppern, kann ich dann hier das Ganze schön zusammenziehen, um eben oben auch den Rand dicht zu machen. Als Besonderheit hat TT jetzt hier nochmal ein zweireihiges Palsystem untergebracht, wo ich dann auch nochmal die Fläche am Gürtel effizient nutzen kann, um hier zum Beispiel nochmal zwei Pistolenmagazine in der Damp-Pouch verbauen zu können oder eben eine Rifle-Mag-Pouch. Also zwei Reihen hat man hier zur Verfügung, kann die dann auch nutzen und da die Tasche auch vom Eingang her groß genug ist, hat man hier dann auch keine Probleme noch Gegenstände einzuwerfen. Ja, kommen wir zur Montage am Gürtel. Optimiert ist sie natürlich für den neuen Amphibia-Gürtel, um hier per Palsmolle befestigt zu werden. Natürlich kann man auch reguläre Gürtel nehmen. Das sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil hier hätten wir uns gewünscht, dass man noch von der Möglichkeit her der Schlaufen das Ganze so baut, dass man eben diese normalen 45mm-Gürtel mitnutzen kann. Man kann basteln, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also ihr habt hier oben quasi eine Reihe, dann noch eine Reihe, wenn ihr die auslasst und in die zweite Reihe direkt einschlauft. Ich mache das einmal kurz vor, dass ihr das mal sehen könnt. Einmal einschlaufen. Dann hättet ihr hier so eine behelfsmäßige 45mm-Schlaufe. Jetzt ist natürlich das hier unten locker, das heißt, es würde nicht halten. Da könntet ihr euch behelfen, indem ihr hier die beiden Laschen nach oben hebt und sie dann mit Klett hier an der eigentlichen Lasche befestigt. Dadurch habt ihr eine 45mm-Gürtelschlaufe geschaffen und könnt dann damit das Ganze aufschieben. Ich sage mal so, die klassischen Gürtel, in dem Sinne, die gar nichts mehr haben, also gibt es ja kaum noch. Wir haben hier jetzt mal nochmal von MD-Textilein mit dazu genommen. Das ist so ein Hybrid-Gürtel. Der hat schon hier ein Schlaufen-Aufnahmesystem, wo man das durchstecken kann. Mollegürtel sowieso und die ganzen Gunfighter-Belts, die haben ja auch in der Regel jetzt inzwischen Daisy-Chain hier, also halbes Molle, halbes Pals von der Breite oben und unten, womit ich dann auch arbeiten kann, um eben halt auch solche Molletaschen befestigen zu können. Also ist, denke ich, kein Problem, dass das fehlt. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie gut diese Tasche Wasser wieder herauslässt. Denn jetzt ist sie gerade schön trocken. Jetzt machen wir sie mal nass. Natürlich ist das hier jetzt suboptimal zum Versenken. Deswegen haben wir unsere Dummy-Patronen mal geholt. Packen die jetzt einmal hier rein, damit das Ganze auch untergeht. Und dann schauen wir mal. Zack, weg ist er. Und rausziehen und das Wasser läuft sofort raus. Also man spürt das überhaupt gar nicht, wie es drin bleibt. Also selbst wenn ihr hier mit der offenen Tasche ins Gewässer steigt und wieder rauskommt, ist das innerhalb von zwei Sekunden komplett abgelaufen. Also da ist genügend Ablauffläche vorhanden. Sehr, sehr cool. Ja, das ist unserer Meinung nach nicht nur, wie ich es eben schon gesagt habe, eine Dump-Pouch für den maritimen Einsatz, sondern eben auch für den normalen Battle-Belt oder aber auch vielleicht interessant für einen Jäger, der Tontaubenschießen macht, Schrotschießen macht und die ganzen Patronen nochmal irgendwo zwischenlagern muss. Lose Schüttmunition passt hier auch wunderbar rein. Sehr, sehr coole Tasche und natürlich, wie immer bei das Manientiger, Preis, Leistung, Verarbeitung, Material. Alles richtig gemacht. Ihr bekommt die Amphibia-Dump-Pouch von Tasmanientiger überall dort, wo ihr Produkte von Tasmanientiger kaufen könnt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Coole Features, oder? Schreibt es uns mal in die Kommentare, auch gerne, wenn ihr die Tasche schon im Einsatz habt. Und ansonsten, wie man an dieser Stelle, liken, Abo, Glock klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Bis dann, macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020